Unter der Überschrift, Leben als Gottesdienst, hören wir nun den Apostel Paulus höchstselbst. Liebe Geschwister, es freut mich sehr, dass ich heute bei euch sein kann. Und ich bin auch schon ganz gespannt zu sehen, was nach 2000 Jahren aus dem Christentum geworden ist. In den ersten elf Kapiteln des Römerbriefs habe ich die Inhalte des christlichen Glaubens erklärt. Und im zwölften Kapitel, also danach, war es mir dann wichtig, darüber zu sprechen, wie wir ganz praktisch in unserem Alltag diese Glaubenslehren übertragen können. Und deswegen habe ich auch schon an unsere Brüder und Schwestern in Rom geschrieben, in Römer 12, Vers 1 und 2. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Denn an solchen Opfern hat Gott Freude. Und das ist der wahre Gottesdienst. Und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefällt und ob es zum Ziel führt. Lieber Paulus, was hast du da eben gesagt? Habe ich richtig gehört? Du ermahnst uns? Ja, ganz genau. Ich ermahne uns alle, dass wir auf der Grundlage der Barmherzigkeit Gottes, die er an uns erwiesen hat, uns selber hingeben als lebendiges Opfer, das heilig ist und ihm wohl gefällt. Willst du das nicht auch? Paulus, natürlich sehe ich auch mein Leben als eine Gabe Gottes an und mich selbst sozusagen als sein Eigentum. Ich versuche auch, mein Leben so zu führen, wie es Gott gefällt. Aber erstens, weißt du doch genauso wie wir, wie schwierig das ist und wie oft man dabei auch auf die Nase fällt. Und zweitens, als moderner Mensch lasse ich mich überhaupt nicht ermahnen. Ermahnen. Mein Glaube, mein Christsein, das ist eine vollkommen freiwillige Sache. Ich brauche keine Ermahnung, ich brauche keinen Druck, viel eher Motivation oder Zuspruch. Mein Freund, das verstehe ich und genau das beabsichtige ich auch. Mit Ermahnen meine ich nicht, drohend den Zeigefinger zu heben, sondern ich möchte uns ermutigen, auf das Gute, das Gott an uns erwiesen hat, entsprechend zu reagieren. Denn er hat durch Jesus Christus seine Barmherzigkeit an uns gezeigt und ist uns ganz nah und ganz weit entgegengekommen. Daran haben wir ja gerade auch zu Weihnachten gedacht, wie Gott seine Allmacht aufgegeben hat, wie er Mensch geworden ist, um uns nahe zu sein. Und er ist zu uns gekommen, um sein Leben zu geben, damit wir die Vergebung der Sünden bekommen können und damit wir das ewige Leben bekommen können. Damit hat Jesus sozusagen unser Leben gerettet. Und ist es dann nicht das Naheliegendste der Welt, dass wir zum Dank unser Leben ihm freiwillig hingeben? Ja, Paulus, da hast du bestimmt recht. Nur fällt es uns, ob jung oder alt, doch recht schwer, das alles zu verstehen und das auch zu praktizieren. Ein Opfer zu bringen, das heißt doch auch, zu verzichten. Das heißt, dich selbst anzustellen. Im Grunde genommen bedeutet es ja auch, für etwas zu leiden. Wer ist denn von uns heute noch bereit dazu, für irgendetwas zu leiden? Ja, und außerdem, unser Leben wird in dieser Welt von schon so vielen Dingen geprägt. Wir werden beeinflusst, sind in Pflicht genommen. Es gibt so viele augenscheinliche Dinge, auch die uns begeistern. Da fällt es schwer, im Vertrauen auf den unsichtbaren Gott, zu leben, seine Verheißung zu leben, ja, im Glauben zu sein. Mein Lieber, glaube nicht, dass dies zu meiner Zeit, also in der Antike, anders gewesen wäre. Schon damals war es so, dass es viele Götterstatuen gab, prachtvolle Tempel, ein Kaiserkult, der voller Zeremonien geprägt war und von großartigen Prozessionen. Was war da schon unsere kleine Christenschau? Wir waren auch damals schon ganz unscheinbar. Und wir hatten auch nichts zu bieten. Heimliche Gottesdienste hinter verschlossenen Türen, in staubigen Katakomben. Da erschien uns Christus auch nicht in prächtigen Gewändern, sondern ganz schlicht in Brot und Wein. Und es war sogar so, dass in weiten Teilen des Römischen Reiches die Christen verfolgt worden sind und dann in Rom den Löwen zum Fraß vorgeworfen wurden. Das war ein sprichwörtliches Opfer. Du siehst also, rosig sind die Zeiten für das Christentum nie gewesen. Das stimmt schon, selbst wenn heute das Christsein nicht mehr so lebensbedrohlich ist wie früher. Und dennoch stellt sich für uns alle zu jeder Zeit an allen Orten immer wieder auch die gleiche Frage. Wer von uns möchte schon sein Leben von anderen bestimmen lassen? Mit anderen Worten, wer ist bereit, sich ganz und gar Gott hinzugeben und ihm Zeit und Kraft und Ressourcen zu widmen? Ja, ich glaube, ich war ganz zu verstehen, Paulus. Aber wie sieht das ganz praktisch aus, sein Leben Gott als Opfer darzubringen? Wie sieht das, ich müsste ins Kloster gehen oder ich müsste der Welt vollkommen nicht sagen, nur noch an Gott denken, ja, keine Freude mehr haben oder lässt sich so ein Opfer vielleicht auch damit verbinden, dass man in die Schule geht oder im Homeoffice ist oder, ja, ein Beruf hat oder sein Leben als Rentner genießt oder überhaupt bewusst in dieser Welt lebt? Ganz genau. Du sagst es, mein Freund. Sein Leben Gott zu widmen, das kann bei jedem ganz anders aussehen. Gott, und das sehen wir an seiner Schöpfung, ist voller Vielfalt und voller Farben und hat ganz viele Arten geschaffen. Und genau so lebt deswegen auch jeder von uns ganz anders mit Gott. Die eine als Schülerin, die andere als Studentin, der eine als Topmanager und die andere vielleicht als Hausfrau. Und manche möchten Gott eher in der Stille dienen, andere in der Öffentlichkeit mit ganz vielen Aktivitäten. Wir sind also ganz unterschiedlich, aber vereint dadurch, dass wir durch den Glauben an Jesus Christus zu seinem Leib gehören. Und deswegen habe ich auch damals schon an unsere Glaubensgeschwister in Rom geschrieben, in Römer 12, Vers 4 bis 8, Es ist wie bei unserem Körper. Er bildet ein lebendiges Ganzes, hat aber viele Glieder, von denen jedes Einzelne seine besondere Aufgabe hat. Und genau so, wie wir alle in Verbindung mit Christus ein einziger Leib sind und jeder von uns daran Glieder, so haben wir von ihm ganz verschiedene Gaben bekommen, so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. Dem einen hat er die Gabe gegeben, Worte Gottes weiterzugeben. Und dieser soll das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Ein anderer ist befähig, ganz praktische Aufgaben zu übernehmen. Und er soll diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, dann soll er lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, dann soll er auch sie ausüben. Wer Bedürftige unterstützen möchte, tue das uneigennützig. Und wer Verantwortung übernimmt, der muss fleißig sein. Wer sich um Notleidende kümmert, der soll es mit fröhlichem Herzen tun. Da wäre ich aber gespannt, wie Gott die Aufgaben oder die Gaben hier im Geistig verteilt hat. Aber wenn ich jetzt hier runtergehe und die Leute frage, da bekommen die gleich Angst. Ich lasse es lieber. Aber ich will noch mal auf den Anfang zurückkommen. Du sagtest da etwas davon, dass wir uns von Gott erneuern und umgestalten lassen sollen. Was meinst du damit? Ja, genau. Als wir, oder bevor wir gläubig wurden, da haben wir versucht, in den Dingen dieser Welt die Erfüllung unseres Lebens zu finden. Und haben dann gemerkt, dass die Dinge dieser Welt zwar schön sind, aber dass sie uns innerlich letztendlich nicht erfüllen können. Und deswegen sollen wir tatsächlich diese Welt genießen. Wir sollen uns an diesen Dingen erfreuen. Wir sollen sie aber nur mit einem Auge anschauen und das andere auf die Ewigkeit richten. Denn durch den Glauben an Jesus Christus haben wir jetzt eine völlig neue Beziehung zu Gott. Mein Mitapostel Johannes hat damals schon geschrieben in Johannes 1, Vers 12 Das heißt, durch den Glauben an Jesus sind wir nun zu Kinder Gottes und somit zum Teil der himmlischen Familie geworden. Das ist etwas ganz Besonderes. Und wenn wir all die Dinge, die ich in meinen Briefen an die verschiedenen Gemeinden im Mittelmeerraum geschrieben habe, zusammenfassen, dann können wir sagen, dass wir durch den Glauben an Jesus in Christus sind. In Christus. Das bedeutet, wir sind geistlich so eng mit ihm verbunden, dass ich sogar geschrieben habe, dass wir mit ihm gleich gemacht sind. Wortwörtlich übersetzt, dass wir sogar mit ihm zusammengepflanzt sind. Das steht in Römer 6, Vers 5. Und genau das, dieses in Christus sein, diese enge Beziehung zu Gott, das ist die Grundlage für unser Leben mit ihm. Hast du ja auch 80 Mal dein Leben geschrieben oder noch mehr. Über 80 Mal. Genau, über 80 Mal. Weil mir das so wichtig ist, habe ich ganz, ganz häufig geschrieben, dass wir in Christus leben. Und deswegen möchte ich uns alle ermutigen, mich eingeschlossen, dass wir das immer wieder uns auch vor Augen führen und aus diesem Bewusstsein heraus unsere Kraft schöpfen. Außerdem, das ist auch wichtig zu wissen, hat Gott uns nicht nur unsere Schuld vergeben, sondern er möchte uns nun durch das Wirken des Heiligen Geistes in uns Jesus Christus immer ähnlicher machen. Und auch das habe ich bereits an unsere Glaubensgeschwister vor 2000 Jahren geschrieben. In Römer 8, Vers 29. Denn Gott, denn die Gott zuvor ersehen hat, die hat er auch schon vorher dazu bestimmt, in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden, damit er der Erste sei unter vielen Geschwistern. Das war also Gottes Plan von Anfang an. Und jetzt verherrlichen wir Gott, indem wir heilig und gerecht leben. Und das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Und auch das habe ich damals schon an unsere Brüder und Schwestern in Rom geschrieben. In Römer Kapitel 6, in den Versen 19 bis 22. Ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, damit ihr versteht, was ich meine. Früher hattet ihr eure Glieder in den Sklavendienst von Unmoral und Zügellosigkeit gestellt und führte ein Leben gegen Gottes Gesetz. Jetzt sollt ihr eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit stellen, was euch zu einem Leben in Übereinstimmung mit Gott führt. Als ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr fern von jeder Gerechtigkeit. Und was kam dabei heraus? Ihr habt Dinge getan, für die ihr euch jetzt schämt und die euch letztendlich nur den Tod gebracht hätten. Jetzt aber sind wir vom Dienst der Sünde befreit und Kinder Gottes geworden. Und das bringt euch den Gewinn eines geheiligten Lebens und im Endergebnis das ewige Leben. Und ich weiß aus meinem 2000 Jahre alten eigenen Leben, dass es mir umso besser geht, je mehr es mir gelingt, Gottes Willen und Gottes Ziel im Blick zu behalten. Und dann fühle ich mich wie das Auge im Sturm. Selbst wenn das Leben, wie das auch aktuell geschieht, wie ein Hurricane um mich herumtobt, so habe ich doch den inneren Frieden Gottes. Und auch das habe ich damals schon unseren Glaubensgeschwistern in Rom geschrieben, in Römer 8, Vers 6. Was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Was aber der Geist will, bringt Leben und Frieden. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Denn den Frieden, den wünschen wir uns ja alle schließlich. War ja eine ganz schön geballte Ladung, was uns der Apostel hier heute noch mal erzählt hat. Aber, lieber Paulus, mir scheint, sein Leben zu opfern für Gott ist im doppelten Sinne eine recht spannende Angelegenheit. Spannend, spannungsgeladen und interessant zugleich. Aber auf jeden Fall auch verheißungstvoll. Sicher kann das nur gelingen, wenn wir eben in Christus, also sprich aus der Kraft Gottes leben, aber wenn wir auch unseren Dienst gemeinsam, ja als gemeinsame Aufgabe verstehen und da zusammenstehen, dass sozusagen jeder das Seine gibt zur Ehre Gottes und zum Wohle aller. Ich glaube, nur so können wir Salz und Licht sein, wie Jesus einmal gesagt hat. Der Weg dahin scheint mir allerdings noch weit. Aber das Ziel ist ja schon mal klar. Mit Gott leben und ihm dienen. Jede für sich und doch gemeinsam. Das also ist der wahre Gottesdienst, wenn ich dich recht verstanden habe. Ja, ja, verstehen. Aber verstehen allein genügt nicht. Wir müssen es auch tun. Dann erst wird es Auswirkungen auf unseren Alltag und sogar auf unsere Gottesdienste am Sonntag haben. Dann wäre nämlich das Christsein im Alltag gar nicht mehr so schwierig, weil ja die anderen mit einem unterwegs sind. Und da der Gottesdienst am Sonntag, der wäre dann auch keine Zweilandshow mehr mit mehr so zwischen Kantor und Pfarrer, sondern da werden andere noch mit Dienste übernehmen und das wäre für alle viel bereichernder. Wenn ich mir alleine vorstelle, wie das wäre, wenn nächsten Sonntag hier einer von euch ein kurzes Zeugnis abgeben würde, was so in der vergangenen Woche geschehen ist. Oder eine musikalische Beifahrung. Vielleicht spielt ihr ja sogar ein Instrument. Dann könnte man das kurz mit dem Kantor absprechen. Da ist man doch ganz anders im Wattischdienst dabei. Das wäre wunderbar. Ja, und überhaupt, lieber Paulus, das Briefeschreiben wollen wir dir allein nicht überlassen. Denn jeder von uns könnte doch in diesen Tagen gerade einen Brief oder wie hieß es eine Postkarte oder einen Mailschirm oder einen Anruf tätigen, um einem anderen nahe zu sein. Ja, das wäre was. Seid ihr dabei, wenn es heißt, wir wollen uns einbringen in unserer Gemeinde mit unseren bescheidenen, aber doch unentbehrlichen Gaben sowohl der Gemeinde und zur Ehre Gottes, dann werden unsere Kirchen bald auch wieder Strahlkraft nach außen haben. Gebt Gott! Amen!